hammer der burner die fetzt ich glaube das heutige video wird ein knaller willkommen in den augenplätzen scheune mein name ist blogster und ja freunde heute lassen wir es richtig knallen ich stelle euch alle kanonen aktuell wir sprechen august 2023 aus der historische collection world war 2 von kobe vor ich weiß der ein oder andere bezahlung so was ist denn hier mit der 88 aus der company of heroes serie die 3047 naja das ist company of heroes wir sprechen heute nur über die der historische collection zu den company of heroes jetzt mache ich noch eigene videos ja freunde wir haben den nebelwerfer 41 wir haben die zehn zentimeter leichte feldhaubitze 18 wir haben die z ist 3 die sowjetische standardatelier einheit kann man sagen und wir haben ganz neu die kanon den 90 mm modelle 39 keine ahnung ich kann es nicht so gut aussprechen aber hier unsere 90 mm kanone aus frankreich vier kanonen in einem video man könnte fast meinen ich habe ein problem mit langen rohren ein kleiner spaß kommt mit mir auf den bautisch dann schauen wir uns diese vier kracher genauer an ja freunde ich zeige euch jetzt heute jeden karton einmal von vorne und von hinten das öffnen lassen wir heute das seht ihr im speed bild und beim review bei der besprechung sprechen wir über alle einzelheiten hier die 22 91 130 steinchen eine mini figur deutsches afrika chor ich freue mich schon auf die palmen formteile und dann 15 zentimeter nebelwerfer 41 natürlich im maßstab 135 und wie alle die folgenden kanonen aus der historische collection word word to fakten bekommt ihr das set wird 11,5 zentimeter lang und 6 zentimeter hoch und wir haben hier sogar ein paar granaten formteile und richtig schönes afrika feeling sowie original fotos das war die 22 91 kommen wir jetzt mit der 22 92 weiter ins spiel nämlich hier unsere leichte feldhaubitze 18 die 10 45 zentimeter haubitze 22 92 132 steinchen eine mini figur hier mit luke in der hand und wir sehen sogar noch ein paar kanonen mehr ich kann euch sagen ich habe mir von dieser kanone eine ganze menge gut nämlich vier stück denn vier einheiten müssten eine batterie gewesen sein im maßstab 1 zu 35 auch hier die rückseite da sehen wir original fotos die fakten die liga die ich gerade gesagt habe die kanone wird 16 zentimeter lang und 7,5 zentimeter hoch kommen wir zur 22 93 vielleicht das set mit der lustigsten minifigur von kubi nämlich hier unseren rotarmisten mit zigarette und drei tagen bad unsere c3 die sowjet gun 130 steinchen die minifigur die gerade schon erwähnte hier oben sieht man eine jakt richtig schön auch hier haben wir schöne viele sachen dabei nämlich sandsäcke und stacheldraht und das bei keiner limited edition finde ich cool original foto pps h 41 fakten und dieses geschützt wird 19 zentimeter lang und sieben zentimeter hoch und ganz frisch eingetroffen aus polen unsere französische flugabwehr kanone hier aus kooperation mit dem museum aus dünkirchen operation dynamo wissen wir die evakuierung der britischen expeditionsstreitkräfte und einige auf alliierter truppen aus dünkirchen nach england hier haben wir einen französischen artilleristen unsere kanone modell 39 die 90 mm flugabwehr kanone 217 steinchen die 22 94 schauen uns auch die rückseite an das set das geschützt wird das größte nämlich 23 cm und 14 cm wird es hoch da haben wir auch hier das original das vorbild sowie die fakten ich fange aber wieder von der kleinsten an ich hole sie mal gerade wieder alle hoch wir reißen sie auf ich freue mich auf fakten ich muss ganz ehrlich sagen zum jetzigen zeitpunkt weiß ich noch gar nicht genau welche fakten ich wie wo erzähle aber freunde wir haben ja hier eine menge zu erzählen deswegen euch viel spaß bei den fakten und mir beim klemmen und das ist fakten zeit und natürlich könnten wir heute über den nebelwerfer die leichte feldtorbitze die cis oder die flag modell 39 sprechen aber lasst uns doch mal über das sprechen ohne die ist diese vier systeme gar nicht geben würde nämlich die erfindung des schwarzpulvers die geschichte des schwarzpulvers reicht weit zurück in die chinesische antike schon im 9 jahrhundert nach christus entdeckten chinesische alchemisten versehentlich das schwarzpulver als sie eine mischung aus salpeter kohle und schwefel zusammen brachten ursprünglich suchten sie nach einem elixier für unsterblichkeit doch stattdessen stießen sie auf eine mischung die explosions artig reagierte bald erkannten sie das potenzial diese entdeckung und begannen es für feuerwerke und andere festliche anlässe zu nutzen es gibt sogar eine geschichte wo ein chinesischer wissenschaftler oder gelehrter vielmehr würde man heute sagen sich einen stuhl aus raketen gebaut hat weil er damit in den himmel fliegen wollte der stuhl wurde gezündet es gab einen großen knall und dieser wissenschaftler muss wohl wirklich in den himmel geflogen sein nur leider stückchenweise im laufe der zeit verbreitete sich das wissen über schwarzpulver von china nach europa im 13 jahrhundert gelangte es dank marco polo nach italien und wurde schnell von alchemisten und forschern in ganz europa untersucht diese frühen experimente legten den grundstein für die spätere verwendung des schwarzpulvers in der kriegsführung im 14 und 15 jahrhundert begannen die europäer schwarzpulver in der kriegsführung einzusetzen die erfindung von kanonen und frühen handfeuerwaffen revolutionierte die art und weise wie schlachten geführt wurden festungen die einst als uneinnehmbar galten konnten nun durch die macht der explosionen erschüttert werden dies veränderte das kräfteverhältnis auf dem schlachtfeld nachhaltig schwarzpulver hatte nicht nur militärische auswirkungen sondern beeinflusste auch andere aspekte des lebens im 17 jahrhundert wurde es im rahmen der hexenverfolgung fälschlicherweise mit dunkler magie in verbindung gebracht doch gleichzeitig wurden atemberaubende feuerwerke entwickelt die den himmel erhellen und die sinne der menschen in staunen versetzen konnten mit dem aufkommen der modernen chemie im 18 und 19 jahrhundert begannen forscher das schwarzpulver zu analysieren und zu verstehen dies führte zur entwicklung von immer effizienteren und leistungsfähigeren sprengstoffen dynamit tnt und andere explosive substanzen wurden erfunden und revolutionierten den bergbau den bau von eisenbahnen und die industrielle entwicklung im laufe des 20 jahrhundert verbesserte sich das verständnis für die sichere handhabung von explosivstoffen erheblich gleichzeitig fand schwarzpulver noch anwendung in feuerwerken und unterhaltung heute wird es in vielen ländern aufgrund seiner instabilität und unvorhersehbarkeit jedoch eher selten eingesetzt auch aus umweltschutz gründen wird mittlerweile silvester immer weniger schwarzpulver beziehungsweise feuerwerk verwendet die geschichte von schwarzpulver ist eine geschichte von entdeckungen revolutionen und menschlichen einfallsreichtum von seinen bescheidenen anfängen in laboren chinesischer alchemisten bis hin zu seinen auswirkungen auf kriegsführung industrie und unterhaltung hat schwarzpulver die geschichte auf eine unvergleichbare weise geprägt es ist ein beispiel dafür wie eine scheinbar einfache entdeckung die welt in vielerlei hinsicht verändern kann und freunde wen wunderts aus unsterblichkeit wurde eine ultimative tötungsmaschinerie ja typisch wir menschen wobei ich hatte immer gedacht dass sie nach gold gesucht hätten den weg wie man gold macht wäre ja auch typisch mensch ja freunde das waren die fakten rund um das thema schwarzpulver wenn ihr fakten zu diesen einzelnen systemen kanonen haubitzen artilleriesystem haben wollt schreibt mir das bitte unten in die kommentare vielleicht mache ich dann doch noch mal ein video zu den einzelnen kanonen aber das sollte es hier erst mal gewesen sein freunde ich wünsche euch jetzt viel spaß beim review aller aktuellen kanonen aus der historik collection von kobe viel spaß dabei ja freunde da haben wir unsere vier kanonen hier auf den bautisch ich mache es mal jetzt andersrum unsere 22 94 unsere kanonen der 90 mm modell 39 unsere 22 93 dieses 3 die sowjet gun unsere 22 92 die leichte feldhaubitze 18 10,5 cm und die 22 91 unseren 15 cm nebelwerfer 41 aus dem deutschen afrika chor ich muss sagen bei diesen kanonen da merkt man immer woher hat man eine passion für kobe oder nicht denn da hat man viel diese tubes zum ineinander stecken und ich habe hier sogar fast bei einer dieser kanonen einen stein geschrottet erst mal seht ihr da sie sind schön aus haben alle minifiguren hier die drei immer um die 130 132 steine während die aktuelle 217 steine hat unsere flag kanone aus frankreich aus dem museum dünnkirchen operation dynamo ich habe euch gerade schon gesagt wir haben überall ein bisschen über alles sehr kleinteilig ich will euch noch nicht verraten welche dieser vier kanonen mein highlight ist was ich euch aber sagen möchte ist dass man hier wirklich gerade bei diesen dreien hier wahrscheinlich auch sehr gute teile spenden hat wenn man etwas mocken möchte fangen wir hier an und ich muss sagen dhk ist ja immer so ein thema dass das mögen viele leute von euch da draußen mit unseren 15 cm nebelwerfer wir haben hier ein paar steinchen über wir haben das rückteil einer kartusche und wir haben hier sogar einen helm in wüsten tarn für unseren 15 cm nebelwerfer natürlich haben wir hier ein bedrucktes typens lobchen einmal vierer 15 cm nebelwerfer 41 wir haben eine kiste wie man hier im schwäbischen sagt mit klappsparten und drei kartuschen also munition die wir zusammen stecken haben wir sogar ein teil hat er vielleicht eben gerade gesehen davon über in dem restebeutelchen nicht mehr erstelle dann wahrscheinlich das highlight und das finde ich generell cool bei diesen kleineren der kassett dass wir so palmchen mitkriegen ich erinnere euch dann nur an den kübelwagen da haben wir auch so ein palmteil dabei also diese der kassett von kubi finde ich immer irgendwie ganz besonders gelungen ja hier palmenteil wir haben einige fahne wir haben wüsten elemente wir haben meine ich sogar hier ein dunkles palmteil während wir bei dem meine ich kübel da können wir mal in die kommentare schreiben ob ich mich da irre ein etwas helleres haben und wir haben hier unseren artilleristen aus dem dhk so ich pack mal die palme zur seite dann schauen wir uns die figur genauer an sie hat hier ein kopfhörer da sehen wir die figur die kamera stellt gleich scharf schön bedruckt mit dienst glas in der hand und umgehangen ihr seht die figur natürlich auch rechts noch mal in groß schön bedruckt dreck im gesicht und hier stiefel mit gamaschen finde ich cool also eine schöne uniform und hinten hier unsere ganze gasmasken behälter und die wasserflasche die natürlich in der wüste ganz wichtig ist kommen wir zum highlight nämlich den nebelwerfer der diesmal anders gebaut ist als die vielleicht bekannten von kobe weil wir hier zum beispiel nämlich diese ja ich nenne sie mal kleinen flügelteile haben was ich bisher schade finde ist diese stange hier sitzt sehr locker und ihr seht schon dieser scharnier ist hier fast schon raus gegangen jetzt hätte ich wirklich jetzt bräuchte ich fingernägel die habe ich nicht da muss ich mal gucken wie das hinkriege aber ihr seht schon hier fast die stange rutscht hier fast raus dass wir beim bauen schon aufgefallen das fand ich ziemlich blöd nehmen wir den sparten hier so und dann schiebe ich den versuche ich diese stange wieder rein zu schieben so ein bisschen mittiger die sitzt sehr locker so jetzt seht ihr jetzt rutscht wieder so ein bisschen so das gefällt mir nicht das ist eine der schwach punkte an diesem nebelwerfer der mir sonst sehr gut gefällt das hat diese stange war die verrutscht die hängt sehr locker da drin ja sonst blauweise kennen wir eigentlich vom nebelwerfer ganz cool jetzt aber auch hier noch mal diese steuerungselemente dran wir haben unser suppenerbsen grün also solides kleines kärchen unser nebelwerfer 41 ja kommen wir zur leichten feldhaubbitze kamera macht bitte scharf denn das ist ein scharfes teil hier haben wir nicht viele sachen über nämlich nur einfach mal den ja auf nopper nenne ich mal den noppen applikator oder bügelperlen applikator so ein so eine antenne und einen bolzen wir haben hier auch wieder eine deutsche minifigur in grüner felduniform feldbluse auch hier ein bisschen dreck im gesicht oder markantes wangenform kann man sagen rot für die artillerie schwarze stiefel eine luga und hinten auch wasserflasche und gasmaskenbehälter und auch er hat das dienstglas umgehangen aber hier halt als druck ja das schild bitte der slope 10 5er leichter feldhaubitze 18 ich habe es euch ja gesagt ich habe mir diese feldhaubitze viermal gekauft dreimal habe ich sie schon gebaut und jetzt da ist sie vorne hier schön bedruckt zweimal vierer fliese auch hier die wedges sind schön bedruckt was ich nicht so schön finde ist dass wir hier hellgraue sie claims haben und wir haben hier ein paar steuerungselemente und das kann ich euch sagen bei einer ist mir hier der stein sogar durchgebrochen oder angebrochen zeige ich euch gleich was ganz schön ist wir können sie hier dort die sporen auseinander machen bzw so gehören eigentlich dies für den transport so und so können wir sie dann in den bodenrahmen spreizen und dann haben wir unsere fleichte feldhaubitze in diesem kubi anthrazit grau dark bluish gray würde man es in dänemark sagen habe ich mir viermal gegönnt zeige ich euch gleich mal meine abwandlung davon kommen wir jetzt zum ja heimlichen star was die minifiguren angeht nämlich unseren sowjetischen artilleristen mit ja rosa gesicht bzw ja wodka gestärkter visage nenne ich sie mal kippe im mund unsere pps h schön bedruckte uniform wirklich cool die gefällt mir richtig gut auch da haben wir so art brotbeutel eine handgranate flusen von meinem baufilz und hinten auch wasserflasche und diese typische mütze die ich euch auch schon ein paar mal in meinen videos gezeigt habe nur in schwarz der hat sich hier in so einen schönen braun also wirklich eine richtig coole figur wenn er einen betroffenen arbeit aber bauarbeiter bauen wollte oder was könnt ihr auch dem kopf nehmen wobei er hat vielleicht auch nur wie sagt man so ist schneeblind oder sonnenbrand vom schnee man kennt das ja wenn man hoch im ski fährt deswegen vielleicht diese rosa wangen keine ahnung ich will hier kein klischee fördern was ich natürlich cool finde an diesem set ist dass wir hier so eine gebaute stellung haben was weniger cool ist dass wir auch hier nicht so viele steilchen über haben aber diese gebaute stellung finde ich cool weil sie wirklich gebaut ist also ich gewiss ja vielleicht bei kobe gibt es da hat eigentlich fast immer nur bei limited editions dazu als highlight hier aber gebaut wirklich und mit diesen einmal sechs an beziehungsweise ja fünfer ist es ja flachen flachen fliesen hier und darauf die sandsäcke und dann mit sie claims hier den stacheldraht in form gebracht hat wirklich eine kleine stellung hat finde ich richtig gut und das für den preis bei kobe hammer so schauen wir uns unsere zts 3 an ist auch die wo ich euch sagen kann vom bau die mir am meisten spaß gemacht hat bei allen anderen gab es immer irgendwie probleme den nebelwerfer habe ich schon zu oft gebaut vielleicht also so ähnlich meine ich gibt es ja bei kobe schon länger und auch aus china kriegt man ja produkte die so ähnlich sind und auch aus lego kann man sehen sich sehr einfach bauen also vielleicht deswegen zu oft schon gebaut die leichte fällt hat ein problem mit diesen rädern und den kleinen hebelchen die wir hier auch haben aber hier klappen wir sie nach vorne diesen bau hier den finde ich am coolsten weil auch irgendwie so so am ehesten glaube ich irgendwie an das ja original herankommt ich finde diesen diese sporne gut diese aufhängung hinten hier also gerade wenn man vielleicht ja panzer mockt und man braucht mal kleine rohrelemente oder sowas hat man hier bei diesem gefährten eine ganze menge an kleinen rohrelementen und hat hier auch wieder so ein rad zum verstellen den verschluss hinten hier sogar noch mal bedruckt hinten ihr seht das hier eine einmal zweier teil also dieses gerät hier die gefällt mir fast mit am besten bis auf diesen golfschläger hier vorne habe ich nicht so ganz verstanden fragil sind sie alle irgendwie zu bauen kamera stelle ich scharf irgendwie will sie nicht aber wie hier unsere modell 39 flack ist die vielleicht stabilste was den fuß angeht aber ihr seht schon hier im video oder auch auf den karton schaut mal hängt sie so schön so aber das tut sie gar nicht sie hat zu lockeren kontakt hier ich kann sie eigentlich nur wirklich so in flack position hinstellen das gefällt mir gar nicht stabile bauweise hier interessante bauweise da aber die kanone hängen auf einer noppe und dann wirklich auch jetzt hält sie mal wieder vielleicht hat es was mit luftdruck zu tun oder luftfeuchtigkeit keine ahnung kommen wir gleich noch mal zu so da auch hier der bedruckte slope mit french 90 mm anti aircraft gun modell 1939 finde ich cool und auch cool ist natürlich hier unser französischer lanza der freut sich der lach der hat ein grünes band hier schönen gut hinten nicht bedruckt aber die figur gefällt mir richtig gut auch der helm ist hier bedruckt grün es ist vielleicht die einheit gewesen gefällt mir und hier haben wir auch mit am meisten noch mal an steinchen über also auch da ja ein paar bügel perlen sogar ein schuh haben wir hier über finde ich cool also bei der kanone haben wir mit am meisten an stein über und wir haben auch noch mal drei goldene granaten finde ich gut schauen wir uns die kanone noch einmal an also massiv ist hier wirklich der fuß gebaut das finde ich gut also schön wir haben auch hier sogar freunde wenn ihr mal zahnräder braucht von kobe die kanone hier hat was man kann hier oben schön drehen man kann den fuß zusammen klappen hier vorne aber ihr seht schon da wirklich 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 cool ist dass wir hier einen platz haben dass wir da was zum drehen haben hier so eine kleine leiter oder schutz hier haben wir schöne räder zum verstellen theoretisch ihr wisst ja höhe und da und da und da das wurde ja alles gekurbelt auch hier sitzt platz vor plattformen theoretisch also sitze da weiß ich nicht aber vielleicht ist auch so viel verlangt dass kobe hier vielleicht wirklich hätte richtige sitze machen können also ich weiß jetzt nicht so ganz die relation der figur zur kanone also hätte ja vielleicht geklappt oder weiß ich nicht also fände ich ganz cool oder hätte ich ganz gut gefunden lustig ist auch hier dieser bedruckte bogen trends clear aber da wo die kanone halt ihren winkel her kriegt aber jetzt ja wie gesagt ihr seht es jetzt hält sie mal vielleicht auch weiß nur gerade halte ja also mal abgesehen davon dass auch hier das rohr teilweise nur auf einer bügel perle so hängt da unten seht es vielleicht da hängt es nur auf einer bügel perle hängt es hinten auch nur auf einer noppe auf dem brick modified und hier unten sind die claims mal schauen ob man es besser sehen kann ich versuche ein bisschen zu spreizen und zu drehen dass man licht rankommt da sind sie claims und das hält einfach vom gewicht her nicht schade 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 und mal abgesehen davon dass auch hier diese absperrung auch nicht so gut hält so also ja eine flag die man wirklich nur so hinstellen kann dass sie wirklich ihre flag arbeit macht das finde ich ein bisschen schade jetzt sieht ziemlich wild aus hier bin schnell durch unsere vier kanonen durchgerasht ihr bekommt der gleich sowieso noch mal detailbilder ich möchte ich aber noch mal zeigen das was ich an der feldhaubitze so bisserl um ja umgebaut habe ihr seht vielleicht hier ich habe ein paar varianten gebaut natürlich musste ich mir eine neuere version bauen habe deswegen mündungsbremsen dran gemacht das sind die aus dem tiger das rohr ist dann eigentlich zu lang ich habe hier bissel rohr pflege mittel mit beigepackt sieht man vielleicht hier habe ich mal in einem brick pack von kobe mitgenommen und ich habe ich hier diese hellgraue spitzhacke ausgetauscht und die ganzen hellgrauen sie klemster hin mittlerweile gibt es ja die ein oder andere teile möglichkeit wo man sich welche besorgen kann entweder bei kobe direkt oder bei bildenbix.de oder halt auf dem discord bei mir da gibt es tolle menschen die auch steine tauschen deswegen kann ich euch nur empfehlen kommt vorbei schaut vorbei unterhaltet euch mit uns da gibt es halt viele kobe quellen und kobe enthusiasten aber auch lege und andere klammer steine ja das ist die eine version und dann ist die andere hier eigentlich das gleiche da habe ich auch diese spitzhacke beigelassen ich habe nur hinten so ein bisschen modifiziert und das auch wirklich nur aus den teilen die schnell da hatte eine quasi anhängerkupplung und da seht ihr vielleicht auch hier die stressmarke von dem steuerrad da gebrochen zweimal sogar das ist eine schwachstelle vielleicht auch dazu grob motorisch und ich muss noch gucken hatte ich hier nicht auch sogar eine stressmarke da war alles gut so aber ich habe mir halt hier weil wir hatten ja heute nebelwerfer da dachte ich mir nämlich mal den opel blitz vom nebelwerfer und zeigt euch mal wie sowas aussehen kann die maßstäbe bei kobe ignorieren wir jetzt aber deswegen habe ich hier so diese kleine anhängerkupplung gebaut ja jetzt stehen hier drei feldhaubitzen eine werde ich noch bauen sowie der nebelwerfer die z 3 und die kanone modell 39 mal viele kanonen in einem video gepackt alles historische collection wie gesagt die 88 aus der company of heroes serie kommt auch noch was aber jetzt auf jeden fall kommt freunde sind noch mal detail bilder damit ihr euch selber einen eindruck verschaffen könnt und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die auge meine freunde wenn man meine videos schon etwas länger verfolgt hat dann weiß man was jetzt passiert genau es gibt detail bilder diesmal bewegt damit ihr euch selber ein eindruck von diesen vier sets aus dem hause kobe verschaffen könnt denn natürlich möchte ich euch gerne meine meinung immer mit auf den weg geben aber wichtig finde ich auch denn das ist nun mal auch der innert eines reviews dass ihr euch selber eine meinung vom set bilden könnt unabhängig von den eindrücken die ich euch davor geschildert habe daher seid bitte so frei und schreibt mir diese auch bitte unten in die kommentare ist immer wichtig dass ich meine eigene meinung so ein bisschen hinterfragen kann vielleicht lerne ich auch da was daraus oder ihr lernt was daraus aus meinen antworten denn ich antworte in der regel ja eigentlich auf jeden kommentar macht mir spaß das ist quasi das schwarzpulver für meine videos für mein hobby warum ich so gerne hier review videos für euch drehen wenn ihr da unten seid und gerade kommentare schreibt dann schaut doch bitte vielleicht auch noch mal in der video beschreibung dann findet ihr alle infos zu diesen vier kobe sets und findet auch quellen wo diese kaufen könnt sogar mit 15 prozent rabatt ich habe nichts davon außer dass ich natürlich auch diese 15 prozent rabatt benutzen darf aber wenn ihr mich unterstützen wollt ihr findet da noch ein paar er findet links zu amazon oder zu modpricks damit könnt ihr meinen kanal mein projekt blockster unterstützen dafür bin ich euch sehr sehr dankbar freunde viel spaß jetzt bei den letzten worten viel gewinnt freunde eine gegenüberstellung von vier artilleriesystemen aus dem hause kobe aus der historik collection world war two alle die es da gerade aktuell gibt einzeln ich möchte mich da jetzt nicht wiederholen und das machen wir auch ein trinkspiel jedes mal wenn ich komponier vieles gesagt habe einen heben natürlich milch oder kaffee spaß freunde ja was haltet ihr von so einem video möchtet ihr in zukunft vielleicht lieber die systeme einzeln haben oder fandet ihr das ganz cool schreibt es da bitte mal gerne unten in die kommentare und ich glaube ihr habt schon durchgehört ich habe ich hier einen favoriten das ist natürlich die leichte feldhaubitze die 10 fünfer in der 18er version ich habe sie umgebaut also keine 18er version mehr deswegen ist das hier eigentlich mein favorit auch weil sie so schön auf den schweren plattformwagen von kobe passt also das sind ja alles kobe setzt aber sie passt da halt thematisch ganz gut drauf die zti s3 ist auch ganz cool also 1234 aus genannten gründen aber es ist meine meinung ich würde gerne eure wissen schreibt sie bitte unten in die kommentare und jetzt ja bei schiffen und flugzeugen und autos kann ich immer sagen gute fahrer guten flug machen wir hier ist einfach mal getreu wilhelm tell guten schuss auf wieder bauen euer freund der blogs da